Ich bitte auch mal einen großen Applaus für Till Frömmel Wie krass! Bestruder! Ein bisschen normal, ich muss sagen. Einen wunderschönen guten Abend zu meiner Seite. Schön, dass so viele hier sind, ja? Und es wurde bei ihm schon gesagt, ich bin Zauberkünstler! Ja, ja, ja! Und wie gesagt, ja? Peter, eine Klatsch und ich kann die Begeisterung von Mittagern durchaus unterscheiden, ja? Ich sag's einfach nochmal mal. Normalerweise geht jetzt immer so ein Uuuuh durch den Tal, ja? Okay, ja, ja, ja! Super, danke, ja! Ich sag nochmal mal, ja, denn ich bin Zauberkünstler! Uuuuh! Und so spontan, ja! Es geht gut los, Amo, ich freu mich sehr! Und ähm... Ich hab ein kleines Magenzeichen! Das fehlt aber noch! Ähm... Ich hab ein kleines Magenzeichen! Ich hab ein kleines Magenzeichen! Ich hab ein kleines Magenzeichen! Ein Thema ausbrechen, das wir alle machen! Ja, das geht uns alle an! Wir machen das alle! Und zwar jeden Tag! Habt ihr eine Idee, was da für ein Zauberkünstler Rival sein könnte? Essen! Ja, natürlich! Ich hab ein kleines Magenzeichen! Ich hab ein kleines Magenzeichen! Vielen Dank für diesen... ... in ein kleines Magenzeichen! Was hat noch jemand eine Idee? Atmen! 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 Ja! Weil was passiert, wenn er richtig atmen ist, er stört, oder? Keiner an euch! Ähm, noch jemand eine Idee? Whatsapp! Whatsapp, ja! Ich hab ein kleines Magenzeichen! Ich hab ein kleines Magenzeichen! Ich hab ein kleines Magenzeichen! Das Thema, das es geht, ist Lügen! Huh? Ja! Was? Ja, genau! Ich hab ein kleines Magenzeichen geflogen! Er hatte die Idee, ob hier von uns, der Durchschnittsmensch, am Tag lügt! 20 Mal habt ihr gehört? Nein! 200! Hier vorne ist der Lügenexperte, es sind nämlich jetzt knapp 200 Mal! Pff! Ja, was? Was? Ja, das fing bei mir in der Schule schon auf den ganzen Abend an. Bei einigen Lehrern hab ich ganz bestimmt keinen guten Morgen gewünscht, ne? Äh, das war leider besser. Und die haben überlegt, wir machen jetzt ein kleines Experiment zum Thema Lügen. Und dafür brauch ich, Achtung, nicht erstellen, drei Freiwillige von euch hier auf der Bühne. Ich komm mal zu euch nach unten und wir schauen hier. Ich dachte, die will ich sehen euch aus, dann fertig, ne? So, sie dürfen meine Mädchen auf die Bühne kommen, genau. Sie auch! Und hier haben wir hier, ja erstens einfach nur mehr mal rein, ne? Ein großen Applaus, deine drei Freiwillige, ja, bäh! So, der Herr auch, nicht gar nicht mehr vergleichen. Ja, so. Komm mal einer mit hier auf die Bühne, einmal hier in einer Reihe aufstellen. Nehmt den Herrn in die Mitte, ja. Und, ähm, Studienabend ergeben. Es lügt sich um ein Thema am besten, und das ist Geld. Ich habe hier ein bisschen was dabei. Eine Transition, die nicht so viel war, es wurde mir schon entwendet. Könnt ihr einmal festhalten, das Spannende kommt erst jetzt. Wir brauchen nämlich noch einmal Geld aus dem Publikum. Am besten was aus Papier. Ich fülle den Moodle drauf. Hat jemand einen Geldschein dabei? Keine Sorge, ihr bekommt den Namen ab. Ich sage es vorab. Ich sehe gar nichts. Ich komme einfach mal zu euch. Einfach mal hochreiten, da oder hinten. Hier? Oh, hier ist der ganze Tisch. Hier ganz schön. Was haben wir denn da? Außer wir hier einen Zwangi? Einen Fuffi. Da muss ich einmal wieder eliminieren. So. Den Fuffi? Was? Nehmen den mal einmal. Haben wir uns schon wieder abgesprochen? Ja. Ja. Die Schule sagt so, ja. Sehr gut, das wird nachher mal ein Notarier geprüft. Wir haben diesen Schein. Einen 40 Euro Schein. Ich werde den hier vorne auf den Boden legen. Mich jetzt gleich weglegen. Und einer von euch. Wird sich ohne dass sie euch absprechen. Beginnt eine Mütze dahin. Legen sich den Schein in die Hand stecken. Und dann macht ihr alle die gleiche Handhaltung. Dass ich nicht mehr weiß, wer den Schein hat und wer eine Mütze. Denkt euch da irgendwas schönes auf. Okay? Verstanden? Sie haben schon mal guckt mal schon bitte umgekommen? Na? So. Liebe Freunde schauen mal, dass ich nicht löscher. Und dann sagt sich einer von euch. Ja, es war auf. Hallo? So. Also. Einer von euch. Werft die Mütze auf den Boden legen, sich den Schein in die Hand stellen. Und dann machen die bitte alle. Eine gleiche Handhaltung. Wenn ihr das getan habt. Sagt ihm mal Bescheid! Das dauert anschein. Bescheid. Bescheid. Ja. Ja, was war das denn? So. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt ist... Okay, das ist spannend. Ich war letztens auf den Jungen gesehen. Da war die Hand halt ungefähr so. Frauen machen wir mal gerne so den hier. Das kann nicht. Und heute ist so ein bisschen die eiserne Frau. Ich weiß nicht, was sie haben. Beide sind anscheinend in der Nutzung. So. Ganz Sau. Hab nach dem gesagt. Sehr schön. Ich würde euch einfach fragen, ob ihr den Schein habt. Und eure Antwort ist in ihrem Fall Nein. Auch wenn ihr den Schein habt. Dann darf ich euch einer automatisch zum Lügen haben. So geht das Spiel. Sehr gut. Haben Sie den Schein? Nein. Acht mal ein bisschen auf die Körpersprache. Haben Sie den Geldschein? Nein. Ja. Ich bin gleich so nö. Haben Sie den Geldschein? Nein. Okay. Das ist ganz spannend. Sie haben uns überzeugt. Nein. Ich glaube, Sie lieben nichts. Machen Sie mal eine Münze in der Hand. Sie haben eine Münze. Wir haben noch zwei potenzielle Lügner auf der Bühne. Haben Sie den Geldschein? Nein. So. Haben Sie den Geldschein? Immer noch mal. Nein. Nein. Wer eine Verbindung noch mal unterstützt durch den... Dezent ist? Kopfschütteln, würde ich mal sagen. Der ist meistens der Lügen. Deswegen müsstest du den Geldschein nehmen. Und sie haben die Münze und das ist ihr Applaus. Ich bin natürlich für den Herkunft. Ihr habt ja auch Freizeit, aber ich möchte einen Applaus. Es gibt einen Applaus. Wir machen doch noch nicht an, ich glaube... Ja, 50 Euro, nein, nein! Das ist ja hier im Geldschein, wir haben immer noch nicht abgesprochen, oder? Wir haben hier ein Geldschein, auf der Rückseite eine einmalige Zahlen- und Buchstabenkombination. So, das seht ihr hier so. Aber dies einmalig für jeden Geldschein. Ich würde dich bitten, mach doch einmal den Geldschein auf und schau mal, auf der Rückseite da oben rechts steht diese einmalige Seelregnummer. Hast du die gefunden? Dann schau dir nach mal. Mal die letzten zwei Stellen. Wir hatten die letzten zwei Stellen. Das müssten Zahlen sein, das dürfen keine Buchstaben mehr sein. Und schau dir von diesen letzten zwei die Vorletzte an. Also genau, die Vorletzte sind ein bisschen da im Scheiß. Hast du die im Kopf? Dann merkst du die gut, mach den Schirm jetzt zu. Ich drehe mich zu dir um. So, perfekt. Ich würde mich mal bitten, schau dir mal. So zehnmal laut. Von eins bis neun. Und zwar jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, das ist spannend. Wenn du dich nicht austauscht, müssten diese Zahl eine Zwei sein. Ist das richtig? Eine Zwei! Hey! Das ist schon mal ein Applaus. Ganz besser. Wir haben uns gut angesprochen. Komm. Einmal im Block. Fangen wir mal die Schale auf und schau dir die letzte Zahl. Von diesem wildrücken Geldschein an. Die letzte Zahl. Eine einmalige Serien-Mummer-Kombination. Die letzte Zahl. Hast du die im Kopf? Ja. Dann machen die Schale wieder zurück. Ich lebe mich zu dir. Und jetzt machen wir es mir ein bisschen schwieriger. Und zwar stell dir mal vor, du bist ein Diener-Projekt. Doch, der wird das nicht immer schon mal sein. Und die zwischen uns? Puta, ja. Die zwischen uns hängt so eine unsichtbare Einheit. Und du polizierst die Zahl zwischen uns, dass ich die mit meinen Fingern, Spieleverpackungen wieder abmalen kann. Okay. Du machst ein bisschen mein Glauben. Ja, dann klappt das auch. Okay. Polizier... So, wir versuchen das mal. Deine Zahl. Jetzt! Okay. Das ist schon mal ganz spannend. Weil die Zahl hat auf jeden Fall einen Bogen. Es ist also keine Eins, keine Vier, auch keine Sieben zum Beispiel. Die hat ein Bogen. Jetzt sind die Frage, was ist das für eine Zahl? Denkt mal ganz fest an eine Zahl. Das stimmt. Kannst du uns das nicht unendlich sagen? Das ist die Acht. Das ist die Acht. Und das ist dein Applaus! F hart. Vielen Dank! KeineМ steel auf dem Kopf, Pent ham! So! Wow. Kommer Kassian! von mir gefallen hat, dann könnt ihr nachher mal Folgendes machen, ja ihr könnt mal online gehen und ihr könnt es halt sehen gehen, ja einfach auf den Daumen nach oben klicken bei Facebook und schon kriegt ihr immer die neue Information. Erzählt auch gerne weiter, ja, ähm, wenn es euch nicht gefallen hat, auch nicht schlimm, erzähl jetzt trotzdem weiter, es gibt ja immer jemanden, den man nicht mag, ne? Ich hoffe aber, dass es euch jetzt hier gefallen hat. Wenn das der Fall war, klickt gerne mal auf die Links auf deiner Facebookseite, die Links steht immer auf der linken Seite, da gibt's dann Fotos, Videos und auch viel mehr, wenn ihr rechts klickt, auch nicht schlimm, dann könnt ihr direkt mal eine Nachricht zeigen, wie ihr es so fandet, letztendlich ist ja auch egal, ob man unten, oben, links oder rechts, habt ihr heute einen schönen Abend und sind jetzt vielleicht hier. Viel Spaß noch, das war's von mir. Ja, das war's von mir, da war's von mir! Bis zum nächsten Mal.